Hallo, Fledermausi, na? Oh, weia, da geht's runter. Oh man, das wird ein Spaß. Ähm, wo ging's runter? Da, wartet mal, ich hab doch einen Eimer mitgenommen. Machen wir mal Licht. So, und dann holen wir uns doch vielleicht mal hier das Wasser. Dankeschön. Weil dann kann ich nämlich hier die Minen wegspülen. Ähm, nicht die Minen, die Schienen. Die Minenschienen kann ich dann wegspülen. Äh, nein, nimm das Wasser wieder mit. Oh Gott, ey, ich kann das ja. Das geht auf jeden Fall schneller und macht das Werkzeug nicht kaputt. Plopp, 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 plopp. Sehr geil. So. Ähm, obwohl euch beide, hol ich mal grad so weg. Ihr müsst mir jetzt nicht unbedingt in die Lava fallen. Ne war, ne war. So, dann wollen wir mal gucken. Okay. Das sieht mir aus wie, äh, als könnte hier ein Spawner sein. Wie krieg ich die Dinger denn mal am besten weg? Am schnellsten. Mit der Axt, nein. Mit dem Schwert, ne? Ach, das ist mir aber auch ein bisschen zuwider. Ich hätte eine Schere mitnehmen. Naja, konnte ich ja nicht wissen. Okay, also mit dem Schwert geht's auf jeden Fall. Da ist ein Spawner. Jawohl. Äh, und wir haben richtig Fäden jetzt. Fällt mir dabei rein. Cool. Uh, 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 uh. Sehr cool. Ich mach dich aber trotzdem mal hier fackelig und so. Ähm. Auch wenn die Monster aus sind, aber... Was ich schon mal safe hab, hab ich schon mal safe. Ja, wir kriegen richtig, richtig Fäden hier. So cool. Oh, ich freu mich. Ich freu mich. Ja, das ist das erste Schwert im Eimer. Aber okay, wir kriegen hier Holz. Wenn wir es brauchen, können wir uns neue Gerätschaften machen. Das ist sehr geil. So, wo ist mein Wassereimer? Huch. Äh, ja, schwemm's doch bis nach da rüber. Männchen Skinner. So war das jetzt nicht gedacht, ne? Hallo? Macht er die... Ja, doch nicht jeden Einzel... Alter. Wieso fließt denn das Wasser so blöd? Ja, dann kann ich es auch mit der Hacke... Mit der Hacke machen. Ja. Ja, ich kann das, ne? Ich kann das richtig gut. Oh, 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 Gold. Ich glaub, ich mach das doch hier mit. Das wird mir jetzt grad jetzt doof. Das Gold kommt natürlich mit. Das Logo, ne? Unbedingt jetzt mal ausschauen nach Ton halt, ne? Geil. Echt hier, das ganze Programm. Äh, mal ein bisschen Licht machen zwischendurch. Jetzt sag mir nicht, da ist ein Dungeon. Ne, jetzt wirklich? Hä? Das muss ein Dungeon sein, oder nicht? Sonst kommt doch hier, äh, so viel Cobblestone nicht hin. Warte jetzt mal ab hier. So, mal hier bis zu der Ecke. So. Dann gucken wir hier mal. Das muss ein Dungeon sein. Natürlich. Was ist das für einer? Geil. Lass es bitte, äh, Skelette sein. Hätte ich jetzt gerne. Ich seh's nicht. Ja! Yes! Ein Skelett-Spawner! Na, geil, ey! Wuhu, huu, huu, huu! Sehr cool. Ähm, alter. Äh, ja, ja, Fledermäuschen. Das findest du auch gut, ne? So, schon mal die Schienen hier mitnehmen. Äh, so, da geht's hoch. Okay. Das ist ja mal richtig nice. Mal, da ist Kohle, die kommt mit. Aber ich möchte ganz gerne schon noch jetzt ein bisschen hier mal in der Mine rumstreifen. Denn hier stehen ja auch teilweise Lohren mit Kisten und so. Und, äh, das fände ich dann schon sehr nett. Aber die Kohle kommt natürlich mit. Ich hab bis jetzt noch gar nicht so viel Eisen gesehen. Aber wir sind ja jetzt auch noch gar nicht weit gegangen. Noch, äh, eigentlich nur drei Meter. Wir haben schon alles gefunden, was das Herz begehrt. Super. Supi, supi. So, hab ich. Wollen wir mal in die Kisten gucken? Uhuhu, 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 uhuhu. Okay. Alter, wie geil ist das denn? Cool. Und zwei Sättel. Und langsam wird es voll jetzt hier. Noch eine Schallplatte. Nochmal Fäden. Einen goldenen Apfel. Redstone. Brot. Eimer. Kriege ich nicht mehr rein. Okay, warte mal ab. Dann müssten wir das mal tauschen. Oh, da ist noch mein ganzes Zeug drin. Oh, weia. Oh, weia, oh, weia. Was machen wir denn mal da rein? Die Erde, das, 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 das. Ähm, den Feuerstein. Goldener Apfel kann raus. Na, Diamanten. Eine fährte Rüstung, ey. Da hast du keine Fragen. Hast du keine Fragen? Geil, ich nehme alles mit. Ist klar, ne? Ist euch klar. So, Kisten kommen auch mit natürlich. Ach, das waren schon beide. Ach Gott, schade. Jetzt habe ich gedacht, hier steht noch einer. Okay, aber man soll ja auch nicht zu gierig werden. Moosstein nehme ich natürlich mit. Und jetzt darf ich mal nicht vergessen, mir hier den... Hier setzen wir uns auf jeden Fall einen Wegpunkt. Wegen dem Skelett-Spawner. Wäre die Frage, wenn wir jetzt nochmal hier unten Wasser finden, wir haben jetzt noch einen Eimer auch, dann könnte ich eigentlich rein theoretisch anfangen, diesen Spawner hier umzubauen. Denn das Knochenmehl von den, äh, gutsten Skeletten hier, ähm, das könnte ich einmal richtig gut gebrauchen. Wir haben ja überhaupt noch, äh, kein Knochenmehl. So richtig nicht, ne? Das wäre richtig nice. Oh, ne! Jetzt komm, ey, jetzt mal! Ey, das gibt's ja nicht. Was ist das für eine geile Karte? Das ist doch nicht zu fassen. Also, ich schwöre, ich weiß, die Karte war geil von Anfang an, optisch, von außen, deswegen hab ich sie genommen. Aber dass die so geil ist, also, äh, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich hol mir hier alles raus gerade. Ja, ihr Diamanten-Mutti kommt gleich zu euch. Ihr müsst mir mal sagen, ähm, mit den Liedern, ob euch das irgendwie stresst, die wechseln so alle, naja, knapp 30 Sekunden, ne, wegen YouTube, ist das so eingestellt. Wenn euch das total nervt, dass das so, äh, random schnell läuft, dann, ähm, schreibt ihr mir bitte, ich kann das auch lassen. Dann müssen wir halt wieder die olle Minecraft-Musik nehmen, die ich, also, die Minecraft-Musik nicht, aber, ähm, die YouTube-Musik, die ich runtergeladen habe. Aber ich wollte echt mal ein bisschen was anderes auch, weil, äh, irgendwann hört sich die ganze Library von YouTube gleich an. Geil! Also, ich werde, es ist unfassbar hier. Nicht unfassbar! Guckt euch das doch mal an! Ja, Major Tom! Hm, unfassbar! Gucken wir noch mehr. Ne, ich halte es nicht aus. Da kriege ich einen ganz trockenen Hals gerade und da ist noch einer. Unfassbar! Okay, also, ich bin, äh, ein bisschen sprachlos über diese, äh, Map hier, ganz ehrlich, dass sie so geil ist. An jeder Ecke ist was. Wir haben alles vor der Haustür, was das Herz begehrt. Unfassbar! So, ähm, ja, ich bin hin und weg. Ich brauche hier irgendwie, irgendwie brauchen wir dann hier einen Zugang. Will ich mal gucken. Ist hier noch ein Stockwerk drunter? Nein, hier ist kein Stockwerk drunter. Das ist natürlich schade. Dann können wir diesen Eingang hier eigentlich nicht benutzen. Oh. Müssten wir den hier benutzen? Ja. Okay. Haben wir denn hier mal... Da eingen die Fledermäuse rum. Unfassbar! Ähm, so, eventuell... Können wir schon mal ein bisschen aufmachen? Ähm, das Holz kommt auch noch weg. So.